hallo und herzlich willkommen liebe gothic 2 in die nacht des rahmen in der nostalgic edition diesmal habe ich ein update zum update zu zeigen normalerweise war jetzt hier die folge 9 dran aber das ist jetzt die folge 7b dazu muss ich kurz was sagen ich war der meinung dass man wenn man das update 1.2 aufspielt man weiterspielen könne dem ist aber nicht so wurde mit mir hat man mir gesagt und ich müsste dann sozusagen das spiel noch mal neu machen damit auch wirklich alles funktioniert alle items zu sehen ist und die darauf folgenden konsequenzen wenn man das nicht hätte dann hat man natürlich auch keine items zu sehen was wir ja auch in der folge 7 gesehen haben die da hieß nachher neues mit matt oder der neue matt richtig aber das möchte ich ganz gerne nachholen in einer kleinen zusammenfassung während wir hier noch mal mit xadas den dialog geführt haben werde ich noch mal durch den turm gehen und mal gucken dass ich das dann auch wieder auf den stand bringen kann in dem handlungsstrang der in folge 8 war und ich dann sozusagen in folge 9 beginnen kann gut lange rede kurzer sinn ich fange jetzt mal an also viel spaß ich werde so schnell wie möglich aufbrechen gut und eines noch verrate niemanden dass du mit mir gesprochen hast vor allem keine magier seit ich ins exil gegangen bin hält mich der kreis des feuers für tot und das ist doch gut so ja kapitel 1 gut okay xadas geht jetzt nach oben das hatten wir schon in aller ersten folge gesehen während er in den alten also in der originalversion hier zu diesem pult hingehen würde aber gucken wir uns noch mal um mir ist nämlich auch schon wieder sofort was aufgefallen hier liegt nämlich viel mehr zeug rum essenz der heilung labor wasserflasche blauflieder noch eine labor wasserflasche ein alchemie tisch den kann man nicht mitnehmen ist klar und kurz mal hier kurz noch mal die bücher gelesen die uns ein bisschen erfahrungen bringen ja also ich war natürlich ein bisschen enttäuscht über die geschichte dass ich das jetzt wieder von vorne anfangen müsste aber ich habe ja noch nie so viele folgen gemacht also kann ich das ganz gut nachvollziehen wie weit ich gekommen bin welchen leuten ich geholfen habe oder welchen tieren ich den schädel eingeschlagen habe ja auch hier auf der rechten seite spruch roll feuerfeil noch eine labor wasserflasche also hier haben wir wirklich die versprochenen items wie verlogify sie auch in seiner beschreibung geweiß sagt hat hier auch zum beispiel eine labor wasserflasche schwerer ast den können natürlich glaube ich noch nicht anziehen ja das weiß ich und da gucken wir mal gleich was wir hier haben gleich viel mehr zeug okidoki hat sich dann was im inventar geändert nein es bleibt alles noch auf null schutz ist auch null stärke geschickt 10 mana 5 und lebensenergie 40 ja ich werde jetzt erst mal ungeschnitten erst mal durch den turm gehen weil ja da meisten items zu finden sind anfänglich und dann gehen wir mal hier gucken na essenz der heilung wieder hier und hier ist auch wieder der schein was soll sich denn hier geändert haben aus dem belia schreien nach hier hier lag doch mal ein schlüssel ja ist jetzt spruch rolle licht geworden jetzt ist der schlüssel für die truhe hier futsch also hat sich das was hat sich das geändert oder ich kann sie so öffnen achtung ich habe weder einen dietrich noch den schlüssel ja das hat uns der herr liebe herr no name held gesagt okay noch mal kurz gucken hier erfahrungen sammeln wo ist der schlüssel das wird jetzt echt lustig aber vielleicht liegt da woanders kann ja auch sein dass der schlüssel woanders liegt dann weiß es nicht so du bücherratte bis heute mal fertig möchte das hier noch richtig so richtig alles hier abgehen solange es noch frisch in meinem gedächtnis ist was ist gucken wir mal hier auf den schränken nach ist hier was am rauf liegen hier schlüsseltechnisch oder sowas gut dass ich gut dass ich mal geguckt habe denn wir hätten hier noch mal eine spruch rolle goblins klett erschaffen nehmen nicht runterspringen nehmen danke sehr ja so jetzt ist hier nichts mehr dann zadas die steintafel kennen wir etwas über diese steintafel sagen ich habe so eine unten in den höhlen vor meinem turm gefunden sie sind in einer seltsam alten sprache geschrieben die ich in dieser form noch nirgendwo gesehen habe ich hatte erst die vermutung dass es sich dabei um ein magisches artefakt handelt aber letztlich bin ich zu dem schluss gekommen dass es nicht von großer bedeutung ist ich habe den sinn dieser tafel nicht gänzlich entschlüsseln können aber es scheint sich um die geschichte einer sehr alten kultur zu handeln wenn du die tafel haben willst dann soll sie dir gehören ich habe keine verwendung dafür okay dann nehme ich so als frühstücksbrettchen das werde ich mal hier an der stelle mal katten beziehungsweise den ganzen dialog hier oder moment mal wo genau sind wir hier das ist klar wie ich bereits sagte in der nähe der stadt korin ist ich habe meinen turm aber das ist die die ich werde das jetzt mal hier skippen das kennen wir aus allerersten allerersten folge ich jetzt geskippt jetzt mal warum darf der kreis des feuers nichts von dir wissen das möchte ich noch mal selber für mich noch mal genau wissen warum darf der kreis des feuers nichts von dir wissen früher war ich mal ein hohes mitglied des kreises ich ahnte schon damals dass die dämonen magie der schlüssel zur magischen barriere war aber die anderen mitglieder dieses kreises hätte ich nie von diesem weg überzeugen können also habe ich den kreis verlassen um die schwarzen künste zu studieren für dieses vergehen gibt es in den augen der feuermagier der geweihten in os der immer guten und rechtschaffenden keine entschuldigung sie wissen mit sicherheit dass ich noch leben aber nicht wo sie mich finden können und das ist auch gut so also eine ganz wichtige information das xader ist immer so ein naja will nicht entdeckt werden typ ist so wie geht es jetzt weiter wie geht ja kennen wir handeln was haben wir das uns handeln hier haben wir natürlich noch wieder ein paar sprüche golds haben wir zwei was gibt es denn hier jetzt neues feuerregen 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 kleiner feuersturm und tote vernichten eispfeil eisblock eiswelle feuerball skelett erschaffen stein golem mit erwecken ja okay dass die üblichen verdächtigen monster schrumpfen naja aus gothic 1 kenne ich das und blitzschlag licht wolf rufen und unwetter unwetter leute man kann ein unwetter hervorrufen eine windfaust käme auch kleiner blitz ja gut jetzt gehen wir weiter durch den turm und versuchen doch irgendwie noch mal den schlüssel hier zu finden für diese truhe die normalerweise in der ersten version einfach zu finden war und zwar die lag ja hier auf dem tisch der lag ja auf dem tisch der schlüssel gut dann geht es ja runter ja es geht runter zu dem lustigen wesens klett ja hier waren so man hört schon das fegen und dann gucken wir mal ob dann da auch viele items sind jetzt raus jetzt haben wir noch ins klett die leute hätten kumpel gekriegt gucken sagt er was du wie sieht es aus nix noch niemals zähne geklappert als geräusch schade hier ist auch der andere alles klar bei dir okay hier kam eine truhe plündern gucken wir mal fackel gold leichte wunden heilen und feuerball ich glaube da ist auch was dazu gekommen ackel und gold habe ich noch in erinnerung hier ist wasser labor wasserflasche das lädt ja richtig zum chemie mixen ein wenn ich so viele labor wasser wasserflaschen finde finde ich jedenfalls ja so nicht irgendwas oben drauf jetzt bin ich gespannt ob auf diesen tischen und bänken oder hier irgendwo in irgendwelchen ecken noch was liegen sollte kann sein kann aber auch nichts sein ja hier sehr gold sind wir mal hier zum gold und hier zum gold noch irgendwie was in der nähe die in der lücke ist auch nichts drin hoffen sprung wurde da jetzt ist der kochlöffel auch noch hier der kessel ist zur körpergestaltung da nicht mehr da das ist ja interessant das hat sich jetzt auch geändert also in der ersten version 1 1 konnten wir hier unsere statur ändern das ist jetzt nicht mehr möglich wie ich ja damals schon erwähnt habe müsste man sich ein spiegel kaufen bei einem herrn händler mit dem namen lll wie naja das werdet ihr später noch sehen ja wir machen ein paar tonübungen lustig wie so ein flipperball springt er hin und her ja ja hier ist nichts nichts doch hier ist es schlüssel da ist der schlüssel ergo kombiniert aller nick knatterton gehen wir wieder hoch und dann dürften wir nämlich auch die trufe von xadas öffnen die sich nicht hier befindet ich habe mich wieder vertan ja ja alter mann ist auch kein d zug hier oder habe ich mich doch vertan nein muss einen höher das ist ja die trufe auf der rechten seite genau hier so bitte aufmachen es ist der passende schlüssel und wir haben fünf gold spruch hole und sogar zwei dietrich und dolchinger das ist gut dann werden wir uns auch ein paar sachen mal an gleich aneignen durch den können wir tragen den knüppel können wir nicht tragen ja das ist doch schon mal eine gute ausstattung und ich würde mal sagen jetzt kann man gleich runter gehen ich sagte vor die tür des turmes nicht zum pentagramm stillgestanden gut und ich würde sagen ab hier mache ich dann die kleine zusammenfassung und werde dann in einer kleinen zusammenfassung oder in einer geschrumpften zusammenfassung zeigen was es dann hier auf dem weg unten zur stadt während ich die alten handlungen mache zeige also ups ja genau richtig du säckel hast mir jetzt meine erfahrungspunkte genutzt okay das war auch jetzt eine neue handlung auch schön also wie schon gesagt bis dann wie ihr sehen könnt habe ich jetzt hier noch ein paar mehr beeren gefunden und mehr pilze butterfleisch da hinten gibt es auch wieder die alten verwandten wie zum beispiel scavenger oder noch mehr scavenger seht ihr das hallo 1 2 3 da sind auch mehr geworden also gilt es die gleich mal niederzumetzeln ja und hier sind natürlich die alten bekannten noch also wie schon gesagt ich werde euch immer so im laufe meines wieder her meine wiederherstellung zur alten story immer mal kurz einblenden was neues gekommen ist oder was ich meine was neu ist also bis dahin oh da kommt schon einer und greift mich an kommt einer ne kommt keiner drei scavys übel auch glaubt das zeige ich mal gucken ob ich mit dem blöden dolch hier blöden dolch krieg ich schon erledigt dann dürfte das hier auch nicht so die schwierigkeit sein aber nicht beide zusammen bitte nicht beide zusammen ach ich werde immer so schnell übermütig ah schön und hier habe ich noch irgendwas gesehen wo ist denn eigentlich das komische skelett hier an der seite hier war doch was nichts zu holen da ist nichts zu holen das ist da mit dem fass genau richtig da wo der schaf ist wacholder dolch ach dolch ich sollte eventuell ja ok zweimal links geschlagen und den dritten scavenger komplett erledigt ok bis später so jetzt wollte ich eigentlich skippen also eigentlich bis runter zur stadt jetzt ist mir aber aufgefallen hier gibt es so viel gezücht und getier die so nerven wie exkrement an einem schuh also wirklich ok da hinten ist ja noch der wolf der junge wolf mal gucken und eine blutende fliege naja gleich vielleicht und zwar eine kleine blutende fliege die entweder mich blutend macht oder ich sie kille damit sie mich nicht weiter blutig macht da ist nichts zu ok die kleine blutende fliege ist jetzt erledigt so und den wolf hatte ich ja im ersten teil ja ganz anders erledigt gehabt weil der mich nämlich richtig genervt hatte damals so hier haben wir vier heilpflanzen und wir haben hier lecker pilze mal gucken das reicht schon aus mal gucken ob ich dann den wolf mit meinem kleinen dolch hier erledigen kann denn weiter unten gibt es mich auch noch was habe ich gesehen also na los wolf wolf gang du sollst anders kombo mäßig machen ja ich wusste es ihr habt gewusst ich habe es geahnt so also ergo ein feuerpfeil nehmen den wolf mal damit angrillen richtig die waffe schnell ziehen und richtig so lecker fleisch so jetzt bin ich am überlegen es gab nämlich noch weiter was also weil ich weiß war zwischen den banditen und kavalon war noch mehr ja wie zum beispiel dass da noch scavengers sind ok heißt ich müsste als erstes noch mal wieder ein bisschen mampfen ähm genau ein bisschen heilpflanze ein bisschen speichern so dann gucken wir mal wir waren ja hier ok einer einer schreit um die ecke ja da ist er na komm wunderbar wunderbar so es ist ein gut versteckter in dem fach also zweiten jungs gabby erledigt und gucken ob es hier was gibt aber ich habe übrigens jetzt auch ein bogen angelegt dann habe ich ja da hinten wurde eine goblin am see ist in der ecke gab es ja bogen und pfeile oder auch pfeil und bogen ja das ist jetzt ein bisschen komisch wo sind die mole rats ich meinte mole rats gesehen zu haben gut äh sprechen wir mal den kavalon nochmal gleich an und äh machen wir die banditen platt aber den haben wir ja schon mal in einem teil habe ich ja schon einmal im einen teil gezeigt was ist passiert verdammt ich weiß gar nicht wo die sich alle versteckt halten du tötest einen und kurze zeit später sind sie alle wieder da moment mal ich kenn dich doch nachdem ich mit kavalon hier die banditen erledigt hatte äh im ersten teil hatte ich es ja so gemacht dass ich die botschaft für watras hier geöffnet habe die werde ich jetzt mal zulassen das wollte ich nur so als nebeninfo geben okay jetzt gucken wir was es hier alles so gibt und dann finden wir uns später vor der stadt wieder oder in der stadt ich muss mal gucken ja und da hinten haben wir auch wieder die tier gezücht kurz nachdem ich die banditen aus der höhle kommen bin ich glaube ich muss doch mit pfeil und bogen arbeiten und das ist richtig gut dass die kleinen jungen scavenger sozusagen mit einem schuss erledigt werden können das ist klasse ja das waren zwei skis und hier gibt es noch einen dunkelpilz und dann werde ich gleich den jungen wolf und den gobo erledigen ja jetzt habt ihr das nicht gesehen ich habe noch weiter mit dem pfeil und bogen den jungen goblin erlegen können und auch den jungen wolf ohne mit meinem knüppel oder sonst irgendwelchen nahkampf waffen das ganze zu erledigen ich habe jetzt eine längere waffe und zwar den nagelknüppel den dürfte ich anlegen können ja das geht dann habe ich auch eine längere reichweite dann schauen wir mal was und noch auf auf in richtung stadt erwartet ja immer mal schon gucken hier ich übersehen wir hier noch was in den neuen items ja hier so ein kleines plateau ja da sind sie die mole rats von denen ich erzählt habe wie schon gesagt ich weiß jetzt ehrlich gesagt ich habe meine erste folge allererste folge von diesem nostalgic edition noch nicht angeguckt nicht wieder angeguckt besser gesagt aber wie wir hier sehen sind mole rats ich kann mich auch nicht mehr ändern ich habe sie noch nicht angeguckt ich habe einfach hier weiter gemacht weil ich einfach wissen wollte und dieser schönen edition wie das hier weitergeht und dann gucken wir mal ob ich die mole rats dann jetzt auch erledigen kann ich jump mal hier runter und sicherheitshalber mal speichern dann gucke ich mal ganz schnell weil ich habe noch 14 pfeile doch das ob ich die mole rats mit feilen an die das auch junge mole rats ob ich sie mit feilen erledigen könnte und sicherheitshalber näher ran aber erledigt es gibt schönes leckeres fleisch molerate molerate ein paar heilpflänzchen ja und da hinten geht es zum bauern und da werde ich dann auch die quest erledigen mit rüben für hilda und so weiter und so weiter und so fort und dann will ich hoffen dass ich dann das gold fischsuppapfel ja das kennen wir und irgendwas im hintergrund nervt mich das ist wieder so eine blutfliege die hat wohl mein blut gerochen das ich hier so auf dem weg verliere also ja ich habe hier noch etwas neues entdeckt das habe ich wahrscheinlich in der ersten folge völlig oder in der zweiten folge völlig übersehen und zwar gibt es hier bei lobardshof hier einen lustigen baumsturm auf dem man holz spalten kann sofern man eine holz axt hat das ist doch mal eine schöne sache ne es ist nur ein gimmick es ist nur eine animation es ist nicht so wie bei odyssey im auftrag des königs wo man baumstämme suchen muss die dann noch zersägen muss und holz spalten um pfeilschäfte selber herzustellen also wer reingucken möchte bei mir in den let's plays odyssey im auftrag des königs der guckt es dementsprechend die dementsprechende playlist an ja das wollte ich nur mal zeigen die holz spalten das ist eine nette sache warum treibst du dich hier auf meinem land rum für wen bist du für die aufständischen bauern oder für den könig ja da war ich wieder ein bisschen zu schnell ich habe meiner ersten folge habe ich gesagt für die bauern für welche seite ich denn bin und jetzt mal hier als abwechslung möchte ich mal den dialog für den könig ausprobieren mal gucken für den könig für den könig das haben die stadtwachen gesagt als sie die hälfte meiner schafe geholt haben aber wo sind die dreckssäcke wenn wir uns die banditen vom hals halten müssen wo werden sie sein wenn uns die orks überrennen ich werde es dir sagen in der stadt hinter den dicken mauern also hör mir auf mit dem könig okay ist klar den rest kennen wir ja ich wollte eben noch diese möglichkeit der gesprächsoption mal zeigen noch eine kleine variation nachdem ich hilda die rüben gegeben habe aber bei lobart noch keine bauernrüstung gekauft habe weil man kann mit ihm feilschen je mehr man macht auf dem feld gehe ich mal zur trugel hin die ich einfach aufmachen kann weil hier ist die lebensche und die bauernkleidung dann könnte ich mir sozusagen das geld sparen also ich glaube das waren 50 oder 40 goldstücke die man von 70 goldstücken sparen kann oder halt eben deswegen und jetzt will ich mal sehen jetzt gehen wir mal wieder zurück zu lobart und gucken mal ob der irgendwie festgestellt hat dass ich bevor ich ihm die arbeiter oder die hey du seit du das letzte mal hier warst fehlen ein paar sachen aus meiner truhe du solltest dich hier nützlich machen und nicht in meinem haus rumschnüffeln du tagedieb du gibst mir auf der stelle meine klamotten wieder ja das ist gut das ist gut das ist natürlich auch eine schöne variation und das wollte ich auch mal an der stelle mal zeigen und hier hast du sie wieder wenn du sie haben willst musst du dafür bezahlen jetzt sie zu dass du dich nützlich machst ja ein besuch bei leicester sollten wir auch vorher getätigt haben denn es gibt wieder mal so eine kleine variation von mir und zwar habe ich vergessen du musst gerade von dem schatten berichten nachdem ich im ersten teil ja mit leicester gesprochen habe um die konstantino die kräuter zu zeigen auch eine option um die stadt zu kommen okay du musst xadas von dem schatten berichten es könnte wichtig sein genau du glaubst es war keine einbildung du meinst da war wirklich ein drache ja du steckst doch schon wieder mittendrin habe ich recht mittendrin würde ich nicht sagen noch nicht na schön wenn es so wichtig ist dann werde ich ihn aufsuchen aber nicht jetzt für den augenblick werde ich mich ausruhen ich bin noch immer erschöpft von der flucht aus der strafkolonie ich denke du hast noch viel vor wir sehen uns dann später bei xadas und wir sehen uns gleich vor den stadttoren denn wir haben ja ähm kräuter für konstantino diese quest brauchen wir nämlich für einen ganz speziellen kram oder besser gesagt halt eben auch um in die stadt hinein zu kommen also bis dann nachdem ich noch ein paar junge goblins und ein paar junge wölfe erledigt habe von da oben hier da stehe ich jetzt hier vor den stadtwachen die geben mir die option hinein zu kommen was willst du schon wieder der bauer schickt mich so hast du diesmal wenigstens einen guten grund her zu kommen entweder kann ich sagen ich muss zum anführer der paladin ich habe hier kräuter für konstantino dem alchemisten ich bin gekommen miliz anschließen zu lassen ich habe einen passierschein oder 100 goldstücke das werde ich allerdings nicht machen ähm ich darf mich erstmal im voraus bedanken bei cry greg der hat mir nämlich ein easter egg zugeschickt welches ich eigentlich schon kenne allerdings äh gibt es ja die option irgendwo hinauf zu klettern ja an der burgmauer habe ich auch probiert das geht nur nicht wer die velaya modifikation kennt der weiß ganz genau dass an der stelle hier so ein stacheldraht ist mit einem schild hau ab das müssen wir also anders machen und wie wir das machen das zeige ich gleich in der nächsten szene ja nachdem ich durch den burggraben gegangen bin und an der mauer entlang und somit auch sehr viele heidkräuter und andere dinge gefunden haben röstige schwerter axt befinde ich mich jetzt hier an der anderen seite äh äh das der 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 kurines burg wir sind auch stadtwachen aber wir wollen ja mal gucken ob wir da nicht irgendwie auf eine andere art und weise durchkommen und zwar habe ich auch mal äh eine version gesehen in dem wir ganz einfach mal irgendwo richtung leuchtturm hochlaufen ähm das müssen wir ziemlich schnell machen ich hoffe dass ich das aber bevor ich damit anfange stopp also ich hoffe dass es mir gelingt wir werden einfach mal hier alles außer acht lassen auch die kräutertjes was gefährlich uns was gefährlich ist oder was uns auch ähm gefährlich erscheint zum beispiel das kommt natürlich auch noch gleich ein keiler wir werden richtung leuchtturm hochrennen und äh ich hoffe dass ich das auf anhieb schaffe so da ist ein stumpfen keiler den werden wir mal ganz schnell hier weg machen so dann gehen wir hier links rum so jetzt muss ich mal gucken wo war denn das nochmal äh hier hoch richtig nipsi das war knapp dann gehen wir hier drauf dann gehen wir stopp naja da gibt's das denn hier ich hab noch keine akrobatik ja ich weiß dann müssen wir das halt eben im sprung machen dann gehen wir hier auf den felsen drauf nicht da können wir ja schon das hafenviertel sehen da das tiefe weite Meer so und äh können wir hier ruhig runterrutschen soweit ich weiß sieht immer so gefährlich aus aber man kann runterrutschen dann auf die Mauer hier drauf dann Jump auf den Stein hier haben wir ein bisschen Glück gehabt dann gehen wir hier runter ja ja da kommen wir ins Wasser dann machen einen auf Acapulco yes sir ja und dann ja nicht tauchen wir wollen schwimmen ja dann ähm schwimmen wir hier rum auf den Anleger laufen dann schön Laris in die ich werd verrückt was machst du denn hier Finger bist du bisher her geschwommen das ist auch ein Weg an den Stadttorwachen vorbeizukommen ja und schon haben wir 500 Experiences drauf das ist auch gut ich will mal gucken ob man nämlich noch ein bisschen mehr Experiences so wie mir der Cry Gag äh Cry Greg meine ich vielen Dank an dieser Stelle es mir gesagt hat dass man dann trotzdem noch Experiences kriegt jetzt weiß ich nicht ob ich ah ja richtig ob ich an der an dem richtigen Stadttor bin ich darf auf gar keinen Fall Lothar in die Arme laufen und Lothar steht da schon weißt du mir geht es besser äh guck mal hoffentlich Kilo tausendwilch Kilo tausendwilch so Gucken Hallo ne Halt doch was willst du schon wieder der Bauer schickt mich so hast du diesmal wenigstens einen guten Grund her zu kommen ja ich bring dem Konstantino Büschelblumen ich habe hier die Kräuter für Konstantino den Alchemisten aha wenn das so ist dann zeig mal was du da mitgebracht hast mhm sieht gut aus na schön dann geh mal rein aber mach keinen Ärger klar ja und schon nochmal da die 100 Lernpunkte äh abziehen können und weil das so gut lief gehen wir wieder zurück zu Läster du lässt solches da bist du ja die Sache mit den Pflanzen für Konstantino hat geklappt ich bin damit an der Stadtwache vorbeigekommen na sag ich doch du solltest eben ab und zu mal auf mich hören mein Freund tja schon haben wir auch hier in diesem für diesen Fall Läster Bescheid gegeben und Erfahrungspunkte gesammelt so zurück zu den Wachen und äh dem Turm aufpassen dass mir der 1 da nicht in der zittrigen Ritterrüstung durch die gegen äh durch die Gegend läuft ähm dass er mich anspricht weil das könnte nämlich die Quest äh aufhalten dann gehen wir nochmal hier zum Konstantino dann guck mal mal was willst du hier gibt es nichts umsonst ich bin auf der Suche nach Stelle als Lehrling ich suche ein und kann ich dir Kräuter verkaufen kann ich dir Kräuter verkaufen wenn du was anzubieten hast siehste so sieht das aus ja und äh das war sozusagen erst mal äh ja das Update von dem Update bis hier hin es wird bestimmt sicherlich über eine halbe Stunde sein nachdem ich es geschnitten habe aber äh auch unterschiedliche Dialoge konnte ich zeigen auch einige Items mehr und wir sehen uns in der nächsten Folge wenn ich es dann bis dahin geschafft habe an dem Handlungsstrang vom Teil 9 anzuschließen äh von Teil 8 9 müsste dann noch gemacht werden also ich bedanke mich fürs Zusehen gebt mir einen Daumen aktiviert die Glocke schreibt bitte in die Kommentare rein so wie das unser guter Herr Cry Greg gemacht hat und äh ja ich freue mich macht's gut tschüss ja 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 ja